Oh nein. Ich deh schon wieder. Verscheut ihr zwei mir irgendwas? Erzähl ich später. Hier drüben! Du weißt, was zu tun ist. Fass! Warum sind die Kreaturen vom Phönix-Tor auch hier in den Minen? Besteht zwischen beiden Orten eine Verbindung? Besteht zwischen beiden Orten. Besteht zwischen beiden Orten. Besteht zwischen beiden Orten. Darkus! Du weißt, was zu tun ist. Hier drüben! Darkus! Das war's. So lange sind. Fast. Du weißt, was zu tun ist. Willst du fast, Borgang? Geh drück. Du weißt, was zu tun ist. Du weißt, was zu tun will. Daidao ist. Need to tun. Unden zu tun. Ich habe schon sowas. Duung unterschätzt. Schreie, also zu tun. Du weißt, was schon zu tun. Hier drüben! Da kommt's! Als ich noch in der Armee war, haben die am Kristalltor stationierten Soldaten oft von einem Wächter erzählt. So einen habe ich hier letztes Mal nicht gesehen. Hab's aber natürlich auch nicht so weit geschafft. Seien wir einfach vorsichtig. Wo kam das her? Drei Mal darfst du raten! Arm ist hier. Noch ein Opfer der Flut. Gut. Wer will's drauf anlegen? Bereit, Clive? Immer. So langsam. Fast, Torga! Los, Torga! Los, Torga! Los, Torga! Los! Du weißt, was du tun hast. Passt vorne! Los! Nicht zu nah vorne! Wo ist er jetzt hin? Fast! Kleif, pass auf! Da, großer! Schnapp zu dir! Fast, Torgal! Du weißt, was zu tun ist! Fast, Torgal! Los! Schnapp vorbei! Schnapp vorbei! Los! 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 Schnapp vorbei! Knapp vorbei. Fast, Torgal. Hier drüben. Knapp vorbei. Nochmal. Fast, Torgal. Da los. Schnapp sie dir. Los. So weit, was zu tun ist. Da, Großer. Fast, Torgal. Los. Zu langsam. Da, Großer. Hier drüben. Fast, Torgal. Ha! Yaaah! Yaaah! Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Zum Kern ist es nicht mehr weit. Sicher hat die Wache uns schon bemerkt, also schnell. Wobei, sie werden ihre Truppen hoffentlich nicht in diesen Äthersumpf schicken. Clive. Wenn das funktioniert und der Segen erlischt, wird für Leute wie uns alles schlimmer, bevor es besser wird. Wenn wir die Letzten sind, die den Äther beherrschen, wird unsere Gabe gefragt sein. Das heißt, man wird uns jagen. Ich hoffe, irgendwann werden sie erkennen, dass wir keine Wahl hatten. Es war der einzige Weg in eine bessere Welt. Und ich dachte, ich würde noch zweifeln. Ein Glück, dass zwei von dreien auf dich vertrauen. Dann muss ich das wohl auch. Wird Zeit, dass ich meinem Titel gerecht werde. Sid der Geächtete. Sind fast da. Hat jemand noch Bedenken? Keiner. Wir stehen hinter dir, Sid. Worauf warten wir dann noch? Wir stimmen bloß. Das Herz von Sunbrek. Tja, war ein Versuch. Ich fürchte, wir brauchen ein größeres Schwert. Meins also. Danke, Clive, aber das war bildlich gesprochen. Der Kern ist offenbar aus härterem Zeug gemacht. Ich weiß schon, was Taya davon halten wird, aber was soll's. Zurück. Es wird hier gleich eng werden. Ich weiß, was Taya davon gegrüßt, dass ich, was sie nicht mehr verletzen kann. Clive, sieh doch. Was ist das? Ich schaff's nicht, nicht ohne Ifrit. Komm zu mir, ich kann das nicht ohne dich. Wo steckst du? Weg da! Ich bin nicht ohne dich, ich kann das nicht ohne dich. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Das ist nicht Drachenkopf. Ich war schon mal hier. Du, du wieder. Wo steckst du? Was willst du? Was, erläpp' noch? Das war's für heute. Was ist aus meinem Kopf? Ich lasse mich in Ruhe. Ich verschwinde, ob du es willst oder nicht. Ich lasse mich in Ruhe. 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 Ich lasse mich in Ruhe.